Willkommen zurück zu Volga the Viking Folge 10, Folge 10, wir befinden uns in Welt 5, hier in dieser Schlangenwelt mit diesen komischen Kriegern, die mit dem Schwert auf uns zurennen, haben wir in der letzten Folge freigeschaltet sozusagen die Welt und es gibt ätzende feurige Schleime, die sind übelst nervig, vor allen Dingen, weil sie auch eine Flammspur hinterlassen, in die man nicht reinlaufen darf, ha, abgewehrt, du Sau, Huga, Ey, warum lebt der noch, so eine Sauerei, So, guck mal, jetzt, bis hier waren wir ja überall schon mal gekommen, wir sind ja bis, bis wo war denn das, das war so eine Stelle, keine Ahnung, da war eine Schatztruhe, und ich hab echt keine Ahnung, ob man das irgendwie schaffen kann, die zu kriegen, müssen wir mal schauen, ah ja, hier war das mit dem Sperr, ne? Jawoll! Hüah! Hüah! Geil, das hat geklappt. Hüah! 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 Und noch eine Schatztruhe, Flamesword, nicht schlecht. Allerdings, Mjolnir fehlt noch. Ey! Warum hat er sich nicht festgehalten? Bin doch grad voll durchs... Hä? Voll durchs Seil durchgesprungen. Zweimal durchs Seil durch, das war jetzt ein bisschen komisch. Ich denke, er hätte sich eigentlich festhalten sollen. Zwei Münzen haben oder nicht haben, ne? Also, keine Ahnung, warum er sich da nicht am Seil festgehalten hat. Oh! Verdammte Saukacke! So, komm her! Einer noch! Zack! Und verbrannt! Ja, okay, wir sollten nicht zu... Nicht zu voreilig sein. Zack, zack! Alles klar, ja okay, alles klar. Oh, was war das denn jetzt? Nicht zu voreilig sein. Und dann gleich wieder in den nächsten Gegner reingerannt. Das war ein bisschen dämlich. Aber was soll man machen, ne? Zack! Diesmal läuft's. Okay, da müssen wir wieder besonders vorsichtig sein. Hüah! Oh, das war knapp. Und kein Speer zum Aufladen gehabt, deswegen mussten wir jetzt mal so werfen. Kommen wir da eigentlich... Was passiert so? Boah, alles klar, gar nichts. Man kann einfach da durch. Dann brauche ich den ja nicht immer vorher killen. Das ist ja ganz gut. Ich frage mich, ob hier vielleicht... Das wäre aber so fies, wenn da jetzt... Njolnir wäre in der Wand. Oder? Hüah! So. Wo kann der denn sein? Vielleicht kommt der echt später noch. Okay, diesmal statt Flammenschwert ist hier der Helm, weil wir ja... ...verkackt hatten. So. Ah! Oh Mann, ey! Und ich denke, so geil, abgebildet, ne? Aber Pustekuchen. So, und das Schild ist auch bereits angeknackst. Wir sollten uns nicht mehr zu viel... Boah! Der hätte uns beinahe noch getroffen, der Typ. Das wäre ja so unnötig gewesen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es läuft doch ganz gut. Boah! Ey, Mann! So, alles gedownt. Ist der hier vielleicht? Der olle Mjolnir? Nee. Dann weiß ich echt nicht, wo der sonst sein kann. Keine Ahnung. Da nicht, hier nicht, dort nicht, drüben nicht, nirgendwo. Vielleicht ist hier auch einfach keiner und ich dachte mir, dass immer nur, dass hier überall einer sein müsste. Weiß man nicht. So, jetzt wollen wir doch mal hier... Nee, nee, warte mal, das war verkehrt. Erst mal so. Und dann noch mal so. So, und... Aufgeräumt. Flameshort! Frechheit, ey, wo ist Mjolnir? So, oh, cool. Den Typen haben wir gedownt. Und Schatz! Komm her, du blödes Vieh. Ich weiß, dass man dich... durch diese Wand durch erschlagen konnte. Höah! Und was ist mit dir, Bruder? Sollen wir hier mal unten lang? Eigentlich... Ich weiß nicht, ich denke nicht. Jämmerlich. Jämmerlich. Prinz John und seine Ritter von Recycling. Entschuldigt diese... von Zeit zu Zeit auftretenden Zitaten. Karte. Aber... Moment, es gab unten nur eine Schatztruhe, oder? Sollen wir dafür mal... Ich will da noch hin irgendwie. Keine Ahnung. Höah! Das war doch eigentlich nicht so schwierig, hier hinzukommen, oder? So, und jetzt noch. Alles klar. Wie, nicht mal eine Schatztruhe? Ich hatte doch eine Schatztruhe in Erinnerung. Kein Mjolnir, keine Schatztruhe. Hier sind irgendwelche Sachen eingesperrt. Guck mal, man sieht hinter den Gittern so Augen hervorlupen. Ob das irgendwelche... Gegner sind, oder möglicherweise irgendwelche Verbündeten von uns. Ey, wieso ist hier kein Mjolnir und keine Schatztruhe, kein gar nichts hier unten? Ich hab keine Ahnung, wie man da rankommen soll. Hö, ja. Hö, was ist denn hier los? Hau ab, Typ. Alter. Was geht denn mit dem Typen? Hö, was ist das da rechts? Leck mich doch. Oh, geil, jetzt kann ich hier hin. Hö, stirb. Hö, fett. Ja, ich hab das gekriegt hier alles. Hier ist doch Mjolnir. Ich rieche das. Mjolnir, komm her. Komm jetzt her, sei hier. Ey, das kann nicht sein, wo ist der? Und was ist das für ein Typ? Hallo? Wow. Okay. Aber durch den Schild kommen wir nicht durch, oder? Ne, oh, er bewegt sich nicht mal. Drei. Drei Speere, alles klar. Das ist ja noch human. Hö! Hier ist der Checkpoint. Wo ist Mjolnir? Ey, keine Ahnung. Finden wir vielleicht mal wieder irgendwann alles. Checkpoint! Oh, geil. Kann ich hier stehen? Ja. Stirb! Geil, stimmt. Da hält ja nur drei aus. Hö! Nicht mit mir, du blödes Ding. Äh. Ha! Habt ihr das gesehen? Das war cool. Hab ich überhaupt... Ja, okay, die Sicht ist auch weit. Uähä. Äh, Typ. Wo bist du hin? Okay, er hat uns mal kurz demonstriert, dass man hier rechts runterfallen kann. Wir gehen mal den Pseudo-Saven-Weg. Äh. Zur Schatztruhe. Da musste man jetzt unter durchrollen. Und jetzt... Kann man jetzt oben lang, ja, ne? Huh! Oh, verdammt noch eins, ey. Huh! Okay. So. Wir nehmen mal den... Ja, na klar, da sind so... Oh, der ist einfach runtergefallen. Ey, was sollen wir denn hier machen jetzt? Nee, das geht nicht. Autsch. Okay. Vielleicht kann ich einfach schnell genug runter. Und mich ducken. Einmal. Zweimal. Tot. Haha, geil! Leute, wir schaffen es zum Boss, wenn es so weitergeht. Wie komme ich hier rüber? Einfach so? Ja. Hey, und jetzt? Hi! Oh, was? Autsch. Einmal. Zweimal. Down. Geil. Schnitzel, Schnetzel. Schatztruhe. Mjolnir, wo bist du? Komm her. Ich brauch dich. Das geht nicht. Ich versuch's mal mit Rollen. Ja, es hat geklappt. Hüah! Hüah! Bämst. Da ist Mjolnir! Hüah! Gefunden! Jawoll! Ha! Boah, wir sind so gierig, ey. Oh! Typ! Lass mich in Ruhe! Alter! Was jetzt? Okay, er ist losgelaufen. Komm her, Bro! Hüah! Jawoll! Alter, wir haben keinen Schaden gekriegt an dieser zweiten Hälfte der Welt! Hüah! 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 Ducken! Eins! Zwei! Das ist die... Ah, ne, das ist nicht die Boss-Tür. Ich dachte gerade, das wäre die Boss-Tür. Alter, zwei Kriegerseelen. So, was müssen wir jetzt... Wie kommen wir da rüber? Und dann müssen wir direkt zum nächsten und dann direkt zum... Alter, da sterben wir auf jeden Fall jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie ich da springen muss, damit ich drauf lande. Einfach Doppelsprung. Doppelsprung! Stirb! Stirb! Oh, runter traue ich mich nicht. Ich muss aber gleich runter. Jungs! Mädels! Leute! Was ist hier los? Da sind so Seile, an denen ich mich festhalten kann. Hüah! 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 Alter! Alter! Da ist die Boss-Tür! Die Boss-Tür! Leute, da ist die Boss-Tür! Nein! Ich wurde erwischt! Oh Mann! Oh Mann! Ich wollte doch mit Mjolnir zum Boss kommen, dann wäre ich komplett ohne Schaden. Äh... Leute! Was war... Was ist denn jetzt los? Hallo? Hüah! Alter! Hüah! Autsch! Ey, du Sau! Okay. Hüah! 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 Verdammt, ey! Ich dachte, wir hätten es vielleicht geschafft. Boah, wäre das geil gewesen, diese Kackwelt jetzt zu schaffen. Oh... Leute! Der Wahnsinn! Die Folge hat mega Bock gemacht. Also mir zumindest. Ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann schaffen wir diese Schlange. Wir packen das. Wir packen dieses Vieh. In der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Biu... 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 Biu...